hey freunde was geht darf ich mal wieder und zwar willkommen zu dem neuen vlog und zwar zu dem moment wieder vorbereitet ja kommt zu dem 67 vlog und zwar ich muss mal mit euch reden und ich habe gesagt bei 70 abonnenten mache ich jetzt mache ich eine room tour ein bisschen unaufgeräumt aber egal und zwar wir sehen uns dafür gleich leute bis gleich bis dahin gekommen bin ich und zwar als man so guckt sieht es so aus hier die tür müssen wir rein und zwar zeige ich euch heute mal meinen setup woraus ich das alles mache als man hier reinkommt sieht man das hier das ist hier von ostern gedacht hier sind noch ganz viele weihnachtsdekorationen etc hier ist noch eine alte kopfhörer dankeschön dafür weil mobile manchmal geprankt hat so dass ich ausgerastet bin ja also das ist eine schreibmaschine ist auch richtig gut und hier noch ein bisschen eisenbahn zeug wurde abgebaut wenn man jetzt noch mal hier so guckt hier ist mein lichtschalter hier ist noch ein altes radio was kaputt ist was nicht mehr so richtig funktioniert und hier ist noch eine alte beige tastatur ein staublaugger hier ist noch ein altes radio was urhalt ist hier ist noch ein faxgerät wer das haben will kann sich gerne bei mir melden ein fax hier ist das ganze eisenbahn zeug drinnen hier ist altes zeug drinnen hier ist noch ein alter drucker den ich mal früher genommen habe der ist eingetrocknet hier hier ist noch ein altes zeug hier ist noch drei kopfhörer hier sind batterien waren früher für den laden als es noch ein bisschen übrig geblieben ist ein verlassenes laden hier ist noch eine lampe die bald eingebaut wurde hier ist noch ein alter bildschirm von meinem alten wc noch hier ist auch noch ein bisschen zeug drin hier ist ein wc der fast gar nicht mehr funktioniert nein so da ist noch windows 2000 drauf braucht keiner hier ist noch eine tastatur der alte ich habe zwei oder drei tastaturen im raum ist noch bücher drin die mir nicht gehören die ich noch verkaufen werde hier sind noch alte bücher ein paar bücher sind nur vom laden hier sind meine laptop tasche hier ist noch zum schreiben das ist ein kopierer hier ist mein neuer fahrrad lad ich gerade auf und so ich zeige euch mal meine fünf stufen hier ist echo echo plus normal sport sport plus ein geiles display 61 prozent hier ist noch ein farbkasten hier ist eine uhr und hier ist noch eine kaputte uhr und hier ist mein laptop was ich immer manchmal nehme und suchen für arbeitszeug und so weil wir jetzt mit der schule am laptop arbeiten und hier sind noch geburtstag einladung pläne so sonstiges et cetera ja wenn ich sobald jemanden zum geburtstag gratulieren werde schaffe ich mich hier ein paar karten hier ist noch ein tisa film wir haben es gerade so viel uhr so mit meinem pencil zum anschwung ist auch eine gute uhr das ist mein popsocket hier so und jetzt kommt man zu dem wichtigsten pass auf hier geht es ja nach draußen das wisst ihr ja wir haben es gerade so viel uhr und die uhr geht ein bisschen vor ist egal jetzt kommen wir zu dem wichtigsten pass auf und 3 2 1 hier ist noch eine softbox hier ist ein Drucker der nicht mal so richtig funktioniert hier ist das gaming pc da unten ist mein pc mit der festkarte dran so sieht das aus hier Kaffelsalat ohne ende hier muss man wieder sauber machen hier sind Kaffels das ist mein pc Kabel Bildschirm 1, Bildschirm 2 das da ist der Beste das ist mein VLA Verstärker mein VLA Repeater hier ist mein pc hier ist mein usb Adapter weil ich mal hier dran geklebt habe das ist irgendwie ein ganzes Kabel und so ne das ist mein usb Adapter da ist ein Maus Tastatur äh Wazer Maus hier hier ist noch ein HDMI Kabel meinen dritten Bildschirm den nehme ich immer zum Stream das ist also der hier das ist mein Fernsehen noch mein alter so hier sind meine Boxen ich nehme jetzt keine Kopfhörer jetzt aber Boxen danke an Moverian so da bin ich wirklich Vielen Dank.